Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich glaube nicht Warte, wer ist denn das da hinten? Wir müssen ja eh zu Boothouse, von daher kann ich hier auch mal um die Ecke gucken, was sich da so im Eckchen anfindet Wer versteckt sich denn hier vor mir? Der jetzt, okay, den hatten wir auch schon Aber es ist echt nur noch ätzend, wie langsam die Level auf einmal steigen Das Spiel verlangt von allem wirklich, dass man hier, weiß nicht, rund um die Uhr spielt, sieben Tage die Woche Hey, Dabrous-Teilung, schon ewig nicht mehr gehabt Hier, Fischgeräte Mehr verdienst du dafür nicht? Hey Dämonenkampfanzug, haben wir auch schon drei Stück oder so gehabt Hier, Fischgeräte So, Verräter Hohohohohohoho, eine Fliegerseele, sehr, sehr schön Ähm, hier, Fischgeräte Tschüss Eliteanzug-Dämonen Hier, Pudding Jetzt du, Ichigo Wie geht das, normale Kleidung? Hatten wir auch schon ein paar Mal, aber nicht so oft Hier, hast ein Pudding Bleib mal so, wie du bist Ich kann mir nicht leisten, noch mehr von euch Gelblingen zu verlieren Wir hoffen, dass irgendwann mal brauchbare Kleidung noch kommt So, was ist mit dir Pan-Imitat? Baseball-Uniform, Dämon Ach, naja, was beschwer ich mich überhaupt Die P-Loft-Kleidung hatten wir ja auch noch nicht So, wieder alle gefüttert, weiter geht's Tum-Tum-Tum-Tum-Tum-Tum-Tum-Tum Schoske Ist das eine Fusion zwischen Saske und Shaosu, oder wie? Shoske, wie siehst du aus? Aha Klein und fett Was ist denn mit Hit Junior? Ah, einer von uns Hallo Hit Junior Mal gucken, was meine Lieblingsgespiele denn so treibt Sissito Was? Ich komm extra an und du gibst mir noch nicht mal was? Wir müssen echt mal an deiner Einstellung arbeiten, Schätzchen Wunderschöne Statue, die sie aufgestellt haben Mensch, würde ich doch nur so aussehen Das wird spätestens ab Sinovors 3 total lustig sein Vielleicht hab ich denn schon, weiß ich nicht, mein vergangenes Ich, mein dieses Ich und noch ein neues Ich Es wird auf jeden Fall immer seltsamer Ja, 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 Zeitpatrouille, los Ich lass mich doch nicht von ein paar Zahlen abschrecken Natürlich bin ich hier, hab mich rausgeschmissen Tut nicht so, als wärt ihr überrascht, dass ich hier bin Deine nächste Timeline-Destination ist, wenn Goku und die anderen zurückkommen In der Zukunft Äh, welches ist dieser Male? Zamasu und Goku Black haven't disappeared Und die Situation sieht grün Hm, sieht's immer Aber Aber Okay Erster Wie gesagt, selbst wenn er schneller ist, war ich früher da Das heißt, ich werde immer Erster sein Wir ziehen trotzdem gern damit auf Zwei lästige Gottheiten, also wirklich So lästig bin ich doch gar nicht Hey Drunks Long time not seen Zamasu Both have that strange Goku and Vegeta Gumsamasu Your partner can take care of Rescue and Goku and Vegeta You need to go with Drunks now To hold off Goku Black and Zamasu Dammit, dammit, dammit Willst du nicht mal ein bisschen Abstand nehmen, Kumpel? Weil du nervst grad ein bisschen Ah Golden Hey Zamasu Komm mal her Bah Shit Dammit, dammit, dammit Okay, das war Absicht Fang dich Tja, verdammt Der ist zu schnell Hab ich Ich wieder nicht Verfick noch eins Wo ist der Penner? Zero-Mortal-Lichtgleich, Junge Au Oh Fuck Zumindest irgendwie getroffen Oh 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 Fuck Bam Der ist schon wieder geblockt, der Wixer, oder was? Okay, ich seh schon, es bringt gar nichts mehr Mach ich halt mit Black weiter I I I only wanted to save everyone Five is the realm of the gods alone The only thing awaiting one who has test passed into that realm Is a swift death setting Are you listening to me, you man? Dammit 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 Da kam iMIST Das war das Götterlasso Das war das Götterlasso Das war das Götterlasso Das war das Götterlasso Ich diese in Winze der Typenhasse, ey I Here I come Ja, 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 ist gut. Darf ich jetzt wieder? Ah! Fuck, ey! Diese Wichser und ihre Last-Minute-Teleportation nehme ich immer komplett schrotten. Gehen mir so auf den Sack. Gehen mir so auf den Sack. Gehen mir so auf den Sack. Ah, gut. Zeig's ihm. Hier für Nerv. Attacken. Und dergleichen. Haaaaaa. Golden. Friss Todesbälle. Black. Black. Wir sind nicht alles Arschlöcher, Trunks. Merk dir das mal. Vielleicht überhebt ich ohne Ende, aber nicht alles Arschlöcher. Ja, ja. Heisamasu. Nicht du, der andere. Ich hab mich schon abgefrühstückt, Black. Ich brauch keiner mehr. Fuck! So, wo seid ihr? Death... ...Ball! Lass mich doch davon nicht abhalten, ihr Sackradden! Black, Kamehamehameha! Einfach nur, als du tut! Ich darf sie aber auch nicht vernichten, ne? Jetzt werden Dinge Spaß machen. Sagst du ja, weiter! Viel kann ja nicht mehr übrig sein, oder? Sag mal, wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Also, ich... Es ist gut, dich zurück zu haben! Beide von euch haben wirklich gut gemacht! Hehehehe! Ja, das wird's wohl sein! Solltet ihr nicht mal rausfinden, warum? Und nicht das schon wieder, sondern warum? Damit wir das Warum vernichten können? ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020